Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben? Ein prophetisch ausgewähltes Lied. Wir haben damit eigentlich meine Predigt schon gesungen. Ja, wenn man von meiner Predigt vielleicht nichts behalten kann, dann behalten wir das Lied und dann haben wir den Predigt-Sinn auch schon mitgenommen in unseren Alltag. Petrus' Brief, den wir heute starten, das ist ein Brief, den Petrus an Christen schreibt, die Juden-Christen, die zum Glauben gekommen sind und jetzig merken, sie sind noch nicht im Himmel. Wo jetzig für ihren Glauben einen ganz hohen Preis zahlen. Und der Jesus, der gesagt hat, ich komme wieder, kommt und kommt und kommt nicht wieder. Und der Preis wird hoch und höher. Eine Situation, die so manchmal auch unscharf werden kann in der Nachfolge. Hoffnung verloren gehen, Zweifel aufkommen und so ein bisschen ein Pessimismus, das ansteckend werden kann. Das kann auch für das Leben als Christ tödlich sein. In dieser Situation schreibt Petrus und damit ist ein Brief entstanden an Christen, der bis heute sehr aktuell ist. Ein Brief, ihr gerät in herausfordernde Situationen von unserem Leben. Wir haben schon gesehen in den Infoslides, was alles für Themen kommen. Ich möchte sie ganz kurz noch ansprechen. In dieser Serie fünf Kapitel. Das erste, das Thema, das wird sein, was uns hoffen lässt. Dann gemeint, eine Baustelle. Das zweite Thema, Hoffnung auf den Berufsstand. Das ist das heutige Thema. Der Christ im Leiden und der Christ im Kampf. Das sind Themen, die wir uns die nächsten fünf Sonntagen beschäftigen damit. Das Thema heute, 1. Petrus 3, Hoffnung auf den Berufsstand. Ihr werdet merken, wenn ihr von Marco gehört habt, es geht heute um das Leben in Ehe, in Beziehungen usw. Vielleicht habt ihr das Gefühl, das ist ja nur am Rand gekommen. Das ist darum so, weil die Hoffnung wird heute das Hauptthema sein. Und das ist auch das Thema, das den Ausschlag gibt, wie es in unseren Ehen und in unseren Beziehungen aussieht. Darum muss man dazu eigentlich fast gar nicht mehr viel sagen, wenn es auch stimmt. Ich möchte euch einen kurzen Überblick über das Kapitel 3 verschaffen. Am Anfang, wie sieht man das Kapitel aufbauen. Es ist ein grosser Teil, Versen 1-12, die Hälfte des Kapitels geht es um das Leben in Beziehungen. Als Ehefrau, als Ehemann und als Gläubige im Miteinander. Und weiter geht es um unser Leben im Leiden. Eben, wenn wir aufgrund von unserem Glauben leiden müssen. Verfolgung, aber das kann ja auch andere Dimensionen haben als Verfolgung, wo wir leiden in der Nachfolge von Jesus. Und dann abschliessend geht es um Jesus, in den letzten Versen 18-25. Jesus, die Quelle der Hoffnung. Und das alles ist eigentlich unter das Thema gestellt, Hoffnung auf dem Berufsstand. Die Hoffnung, die jetzt hinten angefangen, von Jesus in unser Leben kommt, ist auf dem Berufsstand in der Ehe, in unserem Miteinander, in der Gemeinde und in unserem Miteinander mit Menschen im Alltag, die Jesus nicht kennen. Das ist so eine Zusammenfassung von dem Kapitel, das wir vor Augen haben, wo wir uns bewegen. Und vielleicht noch ein Tipp für die nächsten Sonntage. Ich sage immer, bei so Reihen, tun ein Kapitel zu Hause, wenn möglich, schon lesen. Denn wir können natürlich von einem ganzen Kapitel hier nicht das Ganze lesen und jeden Vers anschauen. Aber es wäre hilfreich, wenn man das Ganze vor Augen hat. Ich habe einmal geschaut, was eigentlich den Hoffnungsbarometer unserer Gesellschaft aktuell zeigt an. Es gibt einen Hoffnungsbarometer, der jedes Jahr herausgegeben wird, der zeigt, wie es eigentlich um die Hoffnung der Bevölkerung in der Schweiz steht. Und ich möchte die ersten drei Aussagen vom Hoffnungsbarometer 2024 kurz zeigen. Die erste Aussage ist, es gibt einen Kontrast. Ein Kontrast, wo einerseits eine höhere Zuversicht und Zufriedenheit im eigenen Leben des Durchschnittsschweizer. Also mit dem eigenen Leben sind wir zufrieden und zuversichtlich. Es ist gut. Und im Kontrast dazu ist eine Unzufriedenheit und ein Pessimismus da, betreffend der Entwicklung der Gesellschaft, wo wir hingehen. Und das ist eine Schere, die auseinander geht. Das ist ein Kontrast. Das führt auch zu einer Tendenz, wo wir heute feststellen, dass wir uns mehr und mehr ins Private zurückziehen. In unser privates Glück. Und so ein bisschen hoffnungslos und pessimistisch reden, über das Unterwegssein von uns als Gesellschaft. Eine weitere Aussage ist die, dass junge Menschen unzufriedener, hoffnungsloser sind und weniger als das gute Glauben im Blick auf die Zukunft als ältere Menschen. Das hat mich sehr nachdenklich gemacht. Die Altersgruppe, die noch am meisten Leben vor sich hat, hat am wenigsten Hoffnung. Für das Leben, das sie noch vor sich haben. Und eine dritte Aussage. Die Aussichten betreffend Lebensqualität hat in den letzten 20 Jahren Jahr für Jahr abgenommen. Es ist düsterer, es ist dunkler geworden. Pessimistischer. Seit 20 Jahren, Jahr für Jahr, sieht man schwärzer, was die Zukunft betrifft. Man hat den Eindruck, da zieht etwas auf. Irgendwo ziehen dunkle Wolken auf. Da haben wir wie ein Gespür dafür. Und eine Angst greift mehr und mehr um sich, was kommt da auf uns zu. Also das Hoffnungsbarometer ist sinkend. Obwohl es geht uns sehr gut nach wie vor. das ist der Kontrast, den wir dann leben. Da sind die Christen, die von Petrus angeschrieben worden sind, die haben die dunklen Wolken schon gespürt. Wir spüren sie noch nicht, wir ahnen sie anfang. Das ist unsere Situation, wenn man das Hoffnungsbarometer anschaut. Und dann habe ich weiter geschaut, was ist denn eigentlich Hoffnung? Der Václav Havel, der tschechische Dissident, der hat das Zitat geschrieben, das ich sehr bedenkenswert anschaue. Der hat geschrieben, Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn macht, egal wie es ausgeht. Hoffnung ist das Gegenteil von Optimismus. Ich sage das nochmal, Hoffnung ist das Gegenteil von Optimismus. Wissen ihr, wenn jemand krebskrank ist, eine Behandlung gemacht hat und nach dieser Behandlung kommt der Arzt und sagt, es wird zeigen, es hat nichts gebracht, in geben noch einen Monat. Dann hört jeder Optimismus auf. Dann kannst du nicht mehr sagen, es kommt schon gut, es kommt immer gut. Aber Hoffnung hört dort nicht auf. Hoffnung hat jemand gesagt, ist die Fähigkeit durch den Horizont zu sehen. Das ist Hoffnung. der Begriff selber von Hoffnung kommt aus dem Niederhochdeutschen Hoppe oder Hüpfen. Das ist das Bild von Erwartung, unruhig, zappelig werden. Nicht mehr ruhig sitzen vor lauter Erwartung. Hoffnung. Das ist hinter dem Begriff Hoffnung. Und Wikipedia sagt, Hoffnung ist die umfassende, emotionale und unter Umständen handlungsleitende Ausrichtung des Menschen auf die Zukunft. Anders gesagt, Hoffnung ist der Motor für das, was wir tun. Die Hoffnung ist die, die uns antreibt, die uns in Bewegung setzt. Ich mache ein Beispiel. Ich habe vor drei Jahren in meiner rechten Schulter die Zähne gerissen. Ich wollte nicht besser, ich wollte eine zweitmeinung in Zürich Spital und der Arzt kam und sagte, klar, einen Fall muss man operieren. Ich bin dorthin und habe gehofft, er sagte, man muss nicht operieren. Weil ich wusste, das bedeutet, dass ich nachher sechs Wochen ohne Arme leben muss. Ich konnte mir das nicht vorstellen, wie das geht. Aber weil ich Hoffnung hatte, dass ich den einen Arm, den ich noch habe, nachher wieder brauchen kann, habe ich das auf mich genommen. Ich setzte mich in Bewegung und operieren lassen. Als Beispiel Hoffnung ist handlungsleitend, setzt es in Bewegung. Und darum Hoffnung sieht man. Wenn Menschen Hoffnung haben, sieht man es, weil sie setzen sich in Bewegung. Hoffnung ist für uns völlig zentral. Der Mensch lebt nicht von Brot und Wasser allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Mit anderen Wort sagt, von Hoffnung. Längerfristig kann kein Mensch ohne Hoffnung leben. Das zeigt Suizidrate oder wenn sich Menschen, weil sie keine Hoffnung mehr haben, das Leben nehmen lassen. Ohne Hoffnung können wir nicht leben. Das ist lebenswichtig. Im ersten Petrusbrief, ganz am Anfang, im ersten Kapitel, im Vers 3, heisst es, dass Jesus das Geschenk der lebendigen Hoffnung vom Vater im Himmel an uns ist. Das können wir über geschenkt in Jesus Christus, hat das jeder Mensch, der Jesus Christus ins Leben willkommen geheissen hat. Lebendige Hoffnung. Etwas, das einem niemand und nichts nehmen kann. Ich komme damit zum Kernvers Kapitel 3, vom 1. Petrusbrief, Vers 15, lasst vielmehr Christus, den Herrn, die Mitte, den Mittelpunkt eures Lebens sein. Und wenn man euch nach eurer Hoffnung fragt, seid immer zur Rechenschaft bereit. Mit meinen Worten gesagt, Jesus als Mitte von unserem Leben ist die Hoffnung, die wir haben. Die lebende Hoffnung. Die Hoffnung, die man sieht. Wenn Menschen kommen und fragen, was ist mit der Hoffnung, du hast, dann fragen die, weil sie hier sehen. Sonst würden sie gar nicht fragen. fragen uns die Menschen nach der Hoffnung, die wir haben. Hoffnung ist der Dreh- und Angelpunkt von unserem Leben, von unserer Nachfolge, von unserem Zeugnis, schlicht weg, Hoffnung sieht man. Wenn man Hoffnung hat, sieht man das. Es regt Fragen an. Hoffnung ist, ich bringe den Vergleich, wie die Nabe eines Velorads. Man muss sich alles darum drehen. Wenn die Nabe nicht in der Mitte ist, ich habe schon Velo gesehen, so Ulk Velo, wo die Nabe nicht in der Mitte war, und dann fährt man so rum, und kommt fast nicht vom Fleck. Jesus, die Hoffnung, die wir haben, der Mittelpunkt von unserem Leben, gehört in die Mitte. und wenn das in der Mitte ist, sieht man das, dann geht es vielleicht immer noch auf dem Veloster steil berg auf im Leben . Aber wenn das Velorad, wenn Nabe in der Mitte ist, kannst dich fahren, wenn das nicht ist, steigst ab, dann geht es nicht mehr. Und wenn es richtig steil wird, dann gesehen, ob Jesus die Mitte deinem Leben ist oder nicht. Weil du Hoffnung hast. Hoffnung hat den Namen Jesus Christus die lebende Hoffnung und Hoffnung wird konkret. Hoffnung wird konkret in der Ehe. Ich glaube, dass die Ehe ein strahler Hoffnung ist in der Gesellschaft sein. Dass das die Idee ist von Gott. Und dann kommt Petrus darauf zu sprechen, was heisst es konkret? Das heisst, als Ehefrau, dass ihr als Ehefrau in derselben Weise sollt auch ihr Frauen euch euren Männern unterstellen. wenn ich und meine Frau mit jungen Paaren Ehevorbereitungen machen, tun wir sie regelmässig auch unter anderem mit dieser Aussage konfrontieren. Und dann haben wir einmal so Augen vor uns. Und dann können man so Aussagen ich glaube ja schon, dass die Bibel wahr ist und Gottes Wort ist, aber das ist nicht mehr aktuell. Das ist aus einer anderen Zeit. Und ich verstehe diese Aussage. Ich denke darum, weil wir ein gewissiges Bild haben von Unterordnen. Hier schreibt Petrus in derselben Weise ja in welcher Art und Weis denn, meint er da. Und wenn das so steht, merken wir, jetzt müssen wir noch einen Schritt zurück, gerade in Vers vorher schauen, dort schreibt Paulus, denn ihr wart wie Schafe, die sich verlaufen haben, jetzt aber seid ihr zu eurem Hirten, dem Hüter eurer Seelen zurückgekehrt, in derselben Weise sollt auch ihr Frauen euch euren Männern unterstellen. Wie ihr zu Christus dem Hirt von eurer Seelen zurückgekehrt sind. Und jetzt merken wir, das hat zu tun mit Vertrauen. Da könnte man statt unterstellen, könnte man Vertrauen schreiben. So wie ihr Christus vertraut, dass er es mit eurer Seele gut meint. Liebe Frauen, bringt euch dem Ehemann das Vertrauen entgegen, dass er es mit euch gut meint. Und der Petrus sagt, das ist nicht einmal abhängig, ob der Mann an Jesus glaubt oder nicht. Bringt ihm das Vertrauen gleich entgegen. Das kann recht eine Herausforderung sein. Und liebe Frauen, das geht nur aus der Hoffnung Christus. Dass ich das tiefste weiss, der Guthier meint es gut mit mir. Auch durch meinen Mann, der mir nicht immer gerecht wird. Auch dort meint es der Guthier gut mit mir. Darum kann ich Vertrauen schenken. Und liebe Männer, sind wir dran. Ihr Männer müsst euch entsprechend verhalten. Damit eure Gebete nicht vergeblich sind, seid also rücksichtsvoll im Umgang mit euren Frauen. Antwortet auf das Vertrauen eigentlich auch wieder mit Vertrauen. Antwortet auf das wie der gute Hirt. Das ist in dem ganzen Bild das Vorbild. Und was macht ein guter Hirt? Da kommen zuerst Schaf bevor er kommt. Und auf die Ehe übertragen, da kommt zuerst meine Frau. Bevor ich komme. Und nicht immer du und du und du. Und dann wird das eine Ehe wo Menschen kommen und sagen was ist da? Was ist da bei euch? Ich habe Frauen in der Gemeinde wo der Mann nicht gläubig ist und in diese Frage wirklich stellen was ist da mit deiner Hoffnung? Du bist ein Vorbild für mich. Weil wir Hoffnung haben in Christus weil er mit ist. Nicht mein Partner nicht meine Ehe nicht all das Gute was wir haben Jesus Christus mit es geht nur dann dann kann Ehe Rundlaufen oder Ründer Meine hat immer noch eine Sacht Aber wir sind am Zentrieren Tag für Tag Jetzt sind wir bei uns als Gemeinde wo der Petrus sagt schliesslich sage ich euch allen seid euch in der gleichen Gesinnung einig habt Mitgefühl füreinander und begegnet euch in geschwisterlicher Liebe seid barmherzig und demütig Ja das machen wir gern wenn der Ander meinen Musikschmack teilt unbedingt und natürlich auch wenn er theologisch alles gleich sieht wie ich er sagt auch noch grundsätzlich so in allgemeinen Fragen die gleich Meinung teilen und in der gleichen politischen Partei die Stimme geben dann ist das überhaupt kein Problem da sind wir uns alle einig Petrus sagt nein der Prüfstand von der Hoffnung die der Hand ist die ist aber auch gemeint und dort wird die Hoffnung auf Probe gestellt was ist in Mitte genau sei du der Mittelpunkt in unserem Gemeindeleben Ihr habt es ein bisschen mitbekommen wir haben jetzt gerade unseren Namen gewechselt als Fijona Schaffhausen heissen wir Zwei Wachille Schaffhausen und ich kann euch sagen ein Namen wechseln ist ja es gibt Einfachers oder sagen wir es mal so was ist jetzt genau die Mitte ich habe Austritt geschrieben bekommen wenn wir nicht mehr so heissen trete ich aus ich gehe jetzt vielleicht auch fragen was ist genau deine Hoffnung aber aus einer anderen Motivation weil sie vermisse was ist die Hoffnung von unserem Leben wenn es Veränderungen gibt in der Gemeinde wenn etwas entschieden wird was mir nicht passt gibt selbst für mich als Pastor als Gemeinde etwas beschliesst was ich anders will ist denn Jesus noch die Mitte unbedingt sonst läuft es nicht mehr rund sonst fragt niemand was ist eure Hoffnung wenn leiden in der nachfolge wenn die ungerechtigkeit lebt bei mir ist das gar nicht nur wegen dem glauben ich merke das schon im Strassenverkehr wenn wieder einen im Kreisel einfach zack vor nie oder ich hätte doch Vortritt gehabt und so weiter meine Frau sagt mir wenn sie mitfährt das muss so sein weil du hast noch etwas zu lernen und sie hat schon recht oder sie hat schon recht ich darf immer noch mehr zentrieren auf Jesus Christus wenn du deine Hoffnung in Jesus hast dann kannst du umgehen wenn es zwei am Rücken über kommst von anderen weil du bist beschenkt mit Gnade mit etwas Unermesslichem was möchtest du nidisch werden auf so etwas Minderwertiges wenn du Gnade hast das buchstabieren wir manchmal aber den Fokus dürfen wir immer wieder und immer mehr bekommen Hoffnung bekommen Hoffnung wenn ihr aber trotzdem leiden weil ihr tut was vor Gott Recht ist dann dürft ihr euch glücklich preisen habt also keine Angst vor ihren Drohungen und lasst euch nicht einschüchtern und genau noch kommt der Vers unser Kern Vers lasst vielmehr Christus den Herrn die Mitte eures Lebens sein gerade denn den kommt zum Tragen und wenn du das nächste Mal denkst das ist nicht richtig dann erinnere dich sei du ihr Mittelpunkt in meinem Leben ich kürzlich hatte die Tür nach dem Gottesdienst schon mal gesagt ich habe noch fünf Wochen über die Zeit zu gut gehabt mein Chef hat das einfach vergessen und ich habe es nicht mehr und zuerst wollte auf die hinter stehen und nachher habe ich gedacht nein ich kann es loslassen ich das nicht empfehlen es ist nicht immer ein Rezept aber ich denke er hat in seiner Situation sich richtig verhalten weil er gesagt hat ich habe einen anderen Mittelpunkt ich brauche das nicht ja unser Leben ist in vielen en eine Frage der Hoffnung wie wir leben und die Hoffnung die haben wir in Jesus Christus das ist der Schluss vom Kapitel 3 von dort kommt sie das ist die Quelle wir haben sie und dort heisst es also am Schluss vom Kapitel geht es um Noah und die Arche und dass das ein Bild ist für Christus das ist ein Bild für die Taufe der Noah der durch Wasser mit der Arche gerettet wurde ist ein Bild für die Taufe die jetzt euch rettet wenn man einfach da bleibt denkt man Taufe rettet musst die einfach taufen oder bist gerettet aber nachher heisst diese Rettung verdanken wir auch Verstehung von Jesus Christus und Taufe ist das Zeichen für das was Jesus Christus für uns hat die Rettung die Hoffnung die Hoffnung wie kommen wir zu dem dass Jesus Leben kommt und Taufe ist der Ausdruck den wir handfest erleben wir sind der Hoffnungslosigkeit gestorben und für die Hoffnung auferstanden Christus lebt in mir die Hoffnung auf die Ewigkeit und damit möchte einfach dir die Frage mit geben wie steht dein Hoffnungsbarometer du hast Hoffnung aber ist die noch in der Mitte oder ist so Menges eigentlich zweitrangig in die Mitte gerutscht und da muss sich alles um da drehen oder darum dass wir ins Unrecht da wurde muss sich alles um da drehen wenn die Hoffnung in der Mitte kommt das in die Mitte dann kommt der blöde Namenswechsel in die Mitte weil die Hoffnung nicht mehr in der Mitte ist der wird kleines plötzlich unglaublich gross und gross leider klein die ist deine Hoffnung dein Barometer was zeigt es an Petrus erinnert uns dass wir Jesus Christus auch heute am Morgen ganz neu in unsere Mitte einladen und uns festmachen in der lebendigen Hoffnung und ganz verändert durch den Alltag gehen weil wir Hoffnung haben egal was passiert auch wenn es nicht so raus kommt wie wir möchten wir haben Hoffnung in Jesus Christus Amen Ich will noch beten und Heiliger Geist wenn du heute am Morgen in mein Herz hier gerett hast dann hilf dass die Hoffnung wieder ganz neues Zentrum in meinem Leben ist Hilfe in den Begegnungen wenn wir raus gehen auch im Miteinander dass die Hoffnung der Grund ist das Fundament unserem Miteinander auch vom Leben mit Schwierigem weil du lebst Jesus Christus ist die Hoffnung uns nicht zu nehmen sie überdauert sogar den Tod danke viel mal dürfen wir Menschen sein die durch den Horizont durchsehen und die Fragen anregen wenn wir etwas haben das die Welt sucht und braucht lebendige Hoffnung danke Jesus Amen Dies war eine Predigt der freien evangelischen Gemeinde Wilchingen Wenn Sie auch alle zukünftigen Videos nicht verpassen wollen laden wir Sie ein den Kanal zu abonnieren Nun wünschen wir Ihnen alles Gute und Gottes Segen Auf Wiedersehen